Muss ich sagen. Ja gut, dann kommt es eh mal zurück. Und wir halten die Boys mal auf. Die zwei jucken mich nicht. Aber das sind die zwei. Das ist wichtig. Was? Wir erhalten Probefalltipp. Pro Angriff pro Typ. Wir fahren mit der tierische Einheit im Gebiet. Sicherheit ist ein Gefühl. Ja gut, dann nehmen wir das schnell. Und wir werden nicht eingegriffen. Wir werden nicht eingegriffen. Werkzeug habe ich bekommen. Das. Bäm. Gut. Wir wollen nicht angreifen, sondern... Ach, wir werden schon eingegriffen von... Das ist mir jetzt gerade echt wurscht. Ich kann das Gebiet gern wieder haben. Ach, wir können Schafställe... Oh, wir können Schafställe aufwerten. Bäm. Ach, wir können jetzt vier Schafe halten. Okay. Ich kann aber keinen freien Schafe. Nehme ich jetzt die zwei und kipp die einfach da rüber. Und die mehr Nahrung produzieren. 50% mehr sogar. Okay. Nein, Dorfbewohner. Nein. Und die Drauchs machen die fertig. Gut. Ich habe die Meister meiner... Die leerten Meister verloren, beide. So. Easy. Jetzt rückgeobert. Was ist das? Das weh gerade mein Gebiet da oben. Bei what? Der eine hat gleich mein Gebiet. Das ist nicht gut. Wo ist... Wo ist Harward? Da. Du gehst fest da rüber und machst dir erstmal platt. Team 101. Äh. Und ich mache das erstmal so. Stimmte Kontrolle und es gibt... Was? So schnell. Mann. Ey. Du bleibst jetzt mal da stehen, Mann. Hallo? Ah. Geht doch. Gut. Dann legen wir erstmal den Kack. Ich glaube mit dem Magazin-Valkülen mache ich das nicht sonst. Ach. Wir haben schon alles... Erkundet. Alles, alles. Ja. Wir haben echt alles schon erkundet. Okay. Gut. Dann könnt ihr ja zwei ja zurückgehen wieder. Von euch kann ich jetzt ins Militär gehen. Und du kannst das mal da rein. Und du... Hier ist wieder einer meiner Meister der Gelehrten. Und du auch. So. Das ist aber... Ich will die Krobol nicht verscheuchen. Wenn ich jetzt in ein Krobol-Gebiet reingehe, werden die mich wahrscheinlich eingreifen. Es sind sieben Krobol da drin. Wow. Aber ich muss... Ich sollte die halt wieder leer gelegen. Alle. Wieder unten kann ich easy machen. Ja, dann kann ich erstmal da hingehen. So. Wo ist die anderen? Wo sind die anderen? Ah, ich sehe die nicht. Ach da? Äh. Wieder. So. Jetzt ist meine ganze Armee. Hm. Ja, komm. Ich kann noch ein bisschen Wissen auf Peppen gehen. Dann kann ich noch ein Nahrungsgebäude upgraden oder so. Oh, ich hab noch... Ach da. Doch. Ich kann Schafstelle wieder upgraden, aber... Kriegt mir nicht viel. Bam. Dann kann ich zwei Schafe da reingeben. Kann ich gleich... Habe ich schon ein Festmalle-Organ? Ja, nein. Aber wenn ich sehe, hier ist noch ein Festmalle. Ah, ich das auch schon fertig. Sehr gut. Dann geht's hier mal weiter. Das Gebiet habe ich hier noch, oder? Ja, das sind wir jetzt immer noch. Hier geht das. Fest. Wir müssen in den Wolfspaar. Da sind noch hier Rehe. Voll. Und oben sind auch Rehe. Aber die Traugs haben die echt platt gemacht. Halleluja. Hä? Sind da keine Wölfe immer? Oh, nehme ich halt einfach an. So. Hier gestalten. Nein, ich habe meinen Krieger verloren. Hm. Richtig gerade gebäubern. Ja, er ruft mich jetzt an. Richtig. Was kommt's hier? Der Runde? Okay. Okay. Gut. Brauche ich da eigentlich noch jetzt was? Ja, ich muss noch den... Um alle Verküren wegzumachen, muss ich da jetzt noch... Muss ich da unten was wegmachen? Nein. Da brauche ich noch... Das muss ich wegmachen. So, dann geh sieh da und dann zählen wir durch mit der Mission. Haben wir's auch schon erledigt. Gut. Äh. Je mehr Dorfbewerden jetzt kommen, desto mehr Dingsproblems werde ich bald haben. Nahrungsproblems, außer natürlich, die sammeln jetzt das alles hier von ihr irgendwo auf. So, machen wir noch einen Axtwerfer, hm? Oh, ne Erdbeben. Du hast Monster töte, äh, die Angriffskraft. Äh, eure militärische Einheit gegen Mystery, ja, reinhaben. Ja, machen wir das halt noch. Länge der Rehlen. Easy. Ah, wie lange hast du jetzt halbaut? 15 bis 11. Alter. Gut. Dann werden wir erstmal darüber gehen. Erstmal Krieg mit dem Goblin im Film. So, sollte da jetzt noch ein Axtwerfer rausgekommen sein? Ah, da. Da. Ei, ei, ei. Ich bin im Krieg mit dem Kobolden. Während dieser Zeit ist der Hand losgesetzt. Ja, du. Ah, plus minus. Habt euch nicht so, Kobolder. Habt euch nicht so. So, machen wir Heiler. Heilt um 100% schneller. Easy. Weil ich alles aufgebaut hab, ja. Also, wo ich früher immer gezockt, also, wo ich das Spiel erneu gezockt hab und einmal so richtig, hab ich immer so Probleme gehabt. Mit Nahrung, Holz, etc. Bis man, bis man irgendwann im Dreh natürlich rauskommt. Manche Sachen weiß ich immer noch nicht. Aber gut. Ähm. Dann gehen wir erstmal hier weiter. Und wie wir die da drüben wegmachen können. Eigentlich geht's mir eigentlich nur um diese, um diese, um diese Malküre. Und nicht um die Kobolder selber. Nicht nur so ein Mittelmasse-Ding. Oh, du fährst mal, kostet 1030. Ja, ja, ja. Äh, ich kann aber ein neues Gebiet wieder einnehmen hier. Damit das, damit die Nahrung wieder steigt. Gut. Äh, ich brauche ein paar Zivilisten. Du, das muss jetzt da her. Und das bauen? Doch. Äh, ich kann kein Nahrungssilo bauen. Oder ein Gebiet mit natürlichen... Ach, gut. Okay. Verdammt. Ja. Na gut. Dann besiedeln wir das. Da kommst du und du. Darüber hierher. Und du auch. Daher. Damit du ein Nahrungssilo bauen kannst. Und das eine Jagd-Idee gebaut ist. So. Aber brauchen wir doch eh nicht mehr. Ja, ja, guys. Ja. Vielleicht in den Marktplatz. Das Haus hier auch. Wir hatten so. Und dann werden wir die Boys mal attackieren hier. Hagen hat eh nix hier. Was ist denn da? Ah, was ist das denn? Das ist ein Bauer. Flächerlich. Achso, ich muss jetzt erst hier erobern. Ah, okay. Um mich weiter rennen kann. Och, nö. Kann ich nicht noch mehr Gelehrte machen? Ah, doch. Ihr sitzt da. Und... Ah, ihr zwei. Ist doch da rüber. Oh, okay. Was ist da? Ein Erdbeben. So, deswegen war ich so viel Holz. Dann angegriffen. Auch lächerlich. Lächerlich, lächerlich, lächerlich. So, Brauereifische, Hüttele, Handelsposten. Ne, geht in meine Haus. Gut. Ja. Wir müssen jetzt aber nur warten. Wollen wir runter warten, bis... Das Ganze hier wegballern. So. Geh ich wieder zurück. Ich werde mal kurz geheilt von meinen Dudes. Hauf ich mal. Doch, ja. Wissenswertes. Wenn Wikingerkrieger trugen keine Helme mit Hörnern. Diese Darstellung stammt aus einer Aufführung von Wagner's Ring der Nibelungen im Jahr 1876. Ah, okay. Ist diese Barbarei wirklich nötig? Natürlich. Natürlich. So, wir haben vier, zwei, jetzt erstmal da rein und sammeln. Now. Wir haben eh schon... Wir haben eh schon genug Nahrung, aber egal. Gut. Brauchen wir nicht noch was? Gibt es denn immer noch? Nein, könnte ich noch zwei von denen machen. Wo kommst du wohl hin? Und... Wird angegriffen. Lächerlich. So. Und das da hier. Und wo sind meine Krieger? Warte da. Ah, das Hagen, das Gebiet hier. Also, nix. Oder? Ihr wisst einfach nicht, wenn es genug ist. Stimmt's? Keiner kann behaupten. Ich hätte euch nicht gewarnt. Söltner. Wenn ihr sie besiegt, werden eure Geldbeutel randvoll sein. Setze ich hier nicht mein Leben aufs Spiel. Gehabt euch wohl. Easy. Nein, bleib da, du Völkling. Ja, ja, Hagen. Richtig genug. So. Was gibt es da? Junge Gebiete. Hagen scheint aufs Ganze gehen zu wollen. Ich glaube nicht, dass wir sie lange aufhalten können. Tut mir leid, euch enttäuscht zu haben. Gebt die Hoffnung nicht drauf, Halbert. Ihr werdet überleben. Glaubt mir. Ah, im Winter ist es nicht gut zu kämpfen. Im Winter ist es nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich erzähl das Erdbeben. Das Erdbeben ist nicht gut. Hält es mental. So, ich habe keine negativen Impact noch. Wir haben in den ganzen Dorf gewonnen. Aber wie lange die aushalten, weil die wieder Resistenzen haben. Guys. Ah, ich glaube, wir sind genau rechtzeitig gekommen. Naja, genau rechtzeitig. Wir haben den Großes gemäßt verpasst. Agil. Seid gegrüßt irgendwie vom Wolf Clan. Ich bin Rick, Sohn des Hochk- Was auch immer. Es gibt überlebende Krähen. Lassen wir uns. Blablabla. Okay. Lassen wir mal zermetteln. Und dann kommt hier, ihr... Oh, oh, Schafe. Nein. Nein, meine Schafe. So. Hier haben wir Krieger mal einen Yeezy-Plot. Bam, bam. Ah, hier hast du mein Krieger verloren. Ja, Mann. So. Boom. Auch wenn wir noch was ist, so. Ja, die müssen uns ja skipidobeln. Yeezy, es ist wieder normales Wetter. Und ich brauche wieder normale Dorfbewohner, die das reparieren. Habe ich noch einen, oder? Oh, gut. Gut, da habe ich nur einen. Aber ich brauche... Wer ist das? Ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich brauche. Da unten habe ich noch Arbeiter, ne? War doch easy. Ach Gott, ey. Da brennt noch das Nahrungssilo. Brennt das auch noch ab? Gehe ich da rüber? So. Jetzt habe ich hier Nahrungsknappheit, ey. Jetzt habe ich hier Nahrungsknappheit, oder? Na, das geht. Ich kenne Jäger mehr. Die vier Jäger hier sind... ...geregt. Die Schafe, die rennen auch irgendwo rum. Ach, doch, ihr Schafe. Nein, doch. Ihr zwei geht da rein. Und ihr zwei... Ah, gewonnen. Easy. Ich bin Gott sei Dank für euer Eingreifen. Ich bin mehr als dankbar, dass ihr euer Leben riskiert habt, um uns zu retten. Halt was? Heißt das, wir sind hier, um Leute zu retten? Lass mich raten. Nach Söldnermorden habt ihr nicht weiter zugehört. Versteht mich nicht falsch, aber war so viel Brutalität wirklich nötig? Ich werde Hagen für euch umarmen, bevor ich ihn töte. Ein einzelner Mann und so viel Überheblichkeit und Rücksichtslosigkeit. Ich wünsche euch, dass ihr alt genug werdet und die Früchte eurer Segen zu er... Eurer Siege zu ernten. So. Easy. Haben wir es gewonnen. In 54 Minuten. Halleluja. Ähm. Secret of Settlements. Kapitel dreimal abgeschlossen. Ja, aber wieso wird es in unterschiedlichen Farben? Ja, komisch. Gut. Dann war es das mit der Aufnahmesession von, ähm, Northgard. Und wenn es euch gefallen hat, lasst euch ein Like da oder ein Abo. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao.